Dortmund, Dortmund willkommen! GPS-Eröffnung. Dortmund. Es war eigentlich leer, aber nee, 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 nee. Es wird gesofft, mein Freund. Wie so ein Kesselflinger. Und dann siehst du aber auch mal übermorgen, was so da bleibt, nach so einem Brand. Wo sind wir hier? San Francisco. Das sieht aber komisch aus. Sind wir bald da? Ja? San Francisco, with flowers in the hand, where you're going to San Francisco. Oh, ich kann den Text nicht weiter. Ich kann immer nur was mit Ruben im Haar. Das reicht ja aber auch. Beste Investition ever. Zeig doch mal, Thor. Was kann man damit also machen? Lüftungsumleitung. Lüft kommt von vorne, Luft geht in die Mitte. Was kann man noch damit machen? Man kann ihn aufsetzen. Und dann aufsetzen. Und dann aufsetzen. Und dann aufsetzen. Und noch was, was kann man noch damit machen? Man kann dann auch schlafen. Kann man auch was damit machen? Ja, man kann den Kameramann. Da hinten ist es. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Warum? Wir parken. Da ist es. Da gibt es kein Weib, das um uns blennt. Doch bis wir diese Schuld getan. Kämpfen wir besessen. Im Fieber warm. Wir sind gewonnen für den Kampf. Wir freuen uns auf die nahe Schlacht. Getaucht mit Stahl und rotem Blut. Wir machen alles nieder. Lecker Kakao. Schön warmer Kakao. Kann man auch Alkohol reinschütten? Kann man Alkohol reinschütten. Sollte man. Sollte man. In den schönen warmen Kakao. In den schönen warmen Kakao. Berliner Luft. Ja, das ist gut. Das hat uns ja Nikolas erklärt. Warmer Kakao und Berliner Luft. Wir machen gerade den Laden leer. Hab ich das Gefühl. Musik hat kein Bier. Ja. Schön hier, ne? Schön. Schöner Rasen. Schönes Wetter. Da hinten. Achso. Da. Ich hab mich beim Lernen verletzt. Wie war das doch klar? Bei Shoot Is Money To. Wo er denn da dran noch gezogen? Ja, ja. Er hat sich an der Seite geschnitten. Das ist ein bisschen, an der Seite. Beim Umblättern abgerutscht. Für ein Tistenleben halt irgendwie gefährlich. Das ist so, ne? Und was geht's denn gerade? Es geht gerade um den Antrieb, beziehungsweise die Bremsen einer Windkraftanlage. Also Herr Stüdemann, falls Sie sich das Tourtagebuch mal angucken. Ich hab gelernt, sogar hier während des MPS in Dortmund. Und wenn ich dann nur eine 1- schreibe, dann sind sie wieder nicht enttäuscht. Da muss man doch was... Da muss man doch was gegen machen. Alter, ich schwöre dir. Wenn ich damals duschen muss, dann kann ich nachher. Oh, ne. Wir beide. Ich kann nicht duschen. Petter und ich haben nämlich ein gemeinsames Problem. Oh, Alter. Jetzt wieder mal... Und, da ich letztens im Krankenhaus unterwegs war... Wir sind ja wieder auf NDR. Wir können Kirschbier saufen. Ich hab XL-Bindel mit Knobben. Weil von Kirschspiel her bekommen wir immer Flitzekacke. Und dann scheißt man sich ein. Und wir mögen aber Kirschspiel so gerne. Das ist ja wie eine Hose. Ja, ich hab einmal L und XL. Das ist ja geil. Bei XL ist es wichtig. Der Trommel liegt da nachher auch drin. Jetzt können wir nämlich Kirschspiel saufen. Ja, wunderbar. Dann sollten wir gleich eine Kiste holen. Ich hab nur das auf Tee. Kann ich vorstellen? Alles fällt aus. Das ist Yannick. Yannick ist hier heute der Stage-Supervisor. Ja. Der Techniker für alles. Der macht auch Drum-Sound-Checks. Aber nur Halb. Hab ich gesehen. Ja, ich kann das nicht eigentlich. Ach so. Ich kann eine Trommelspiel, aber bei zwei hört es auf. Ich hab so zwei linke Hände irgendwie. Von daher funktioniert das nicht. Aber es geht doch. Es ist auch nicht so lange genug. Genau. Der Flappert. Jetzt stellen wir mir vor, zwei linke Hände. Hallo. Wie soll ich nach mir? Ich hab den Tee. Das ist ein gepflegtes Ingwerbier, passend zur Brotzeit. Nicht, dass ich erschöpft bin. Auch nicht. Ich schleppe auch nicht zu viel mit mir rum. Es ist einfach nur die Luft. Das ist hier quasi wie, falls ich mal von euch ein Teil leihen war, das ist hier ähnlich. Da fühlt ihr 35 Grad im Schatten und alle Luftfeuchtigkeit. In der... In der Luft fliegen. Das ist die schwarze Hütte. Die schwarze Hütte, ja. Ich freue mich schon auf heute Abend, 19 Uhr, Showstart, pünktlich, 19.30 Uhr, Aufguss. Ich sitz allein auf kargem Stein, rings um mich her, blüht schon lange nichts mehr. Stumpf auch das Schwert, einst so verehrt. Und jetzt das Fest genießen. Verladen, laden, knoblauch, schnappst. Verladen, knarren, knoblauch, schnappst. Wie war denn? Wie war denn? Lecker, 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 lecker. Lecker, lecker mal wieder. Was, wenn du noch nie mehr aus dem Tourteil gehörst? Na? Julián. Insiderwissen. Welten wir beim Kloblauch abzahlen? Schöne Grüße. Also, meinst ist auch leer. Nikolaus? Was? Willst du auch noch was trinken? Weiß ich nicht. Ja, komm. Wir lernen morgen zusammen auf dem Rückfahrt. Ja. Ja. Und die ganzen. Ich wollte, dass dein Mann der Lehrer schon besitzt. Ja, dann machen wir das. Ja, okay. Dann machen wir das. Hallo? 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 Vielen Dank.